Nein! Dein Schrei im... Oh! Ey, hast du noch Schiss? Hast du noch... Nein, Alter, nicht! Ja! Hahaha! Herzlich willkommen! Hier sind wir wieder bei den Partyspielen. Heute im Modus Eine im Lauf. Ha! Eine im Lauf. Mit dem Mo und dem Flip. Das bist du, oder? Ja! Zwar drauf, du kleiner... Du bist ekelhaft. Was? Junge, hier ist jemand. Ja, der hat in die Luft geschossen. Oh, Junge, dieser Ganja-Boy. Ah! Warum hast du dich mit einer Karte gemacht? Schon zweimal! Okay, ich komme jetzt noch auf. Du bist echt ein Lacker ohne Witz. Zweimal leckt einfach nur. Nein! Nein! Oh! Ich habe aber den gekillt, der dich gekillt hat. Ja, jetzt kann ich in Ruhe... Nein! Warum leckt das? Warum leckt das? Oh! Oh! Oh ja, Alter! Ich habe schon vier auf meiner Liste. Oh, ich bin schon zweimal gestorben. Scheiße! Ich muss... Oh, nein! Ich darf nicht sterben, Alter! Oh, da gibt es welche, die sind noch gar nicht gestorben. Wie der Philip. Ja, zum Beispiel ich vor einem Tod. Nein! Ey! Fick dich doch! Nein! Oh, jetzt hier Bossfight. Oh! Der Moor hat sich gekillt. Erinn! Nur zur Info, der Moor ist der Aron. Und der Philip ist der Green. Erinn! Für den er sich lustigerweise hält. Erinn! 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 Stirb Erinn! 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 Ich habe gewonnen, oder? War es wegen einem Kill? Ja, ist klar. Ähm, nicht wegen einem Kill, wegen fünf Punkten. Opfer. Aber du warst der Letzte, der überlebt hat. Ja heißt nichts, ein Sieger bin ich. Ich habe überhaupt nicht gefällt. Ah, das Messern ist auch... Oh, guck mal, wie er sich an die Kehle greift. Oh, da alle haben gelieft. So! Einen drauf. Synchronisieren! Nee, nee, das lässt sich ja an einem und schneit es, da muss ich nicht. Hä? Hä? Der eine Typ ist einfach weg? Ich bin doch gar nicht drin. Oh, doch schon. Ja. Was? Warum denn? Ich lege ihn ab. Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Der Kenny hat gerade zwei auf Gas gekriegt, wie danach mich. Wer brüllt so rum, Alter? Ja! Junge! Mein letztes Leben! Warum, Alter? Digga, ich kriege gleich Kopfschmerzen wegen dir, Kleinen. Alter, Junge, ich bin gleich tot. Ah, nein! Nein! Junge, es war mein letztes Leben! Ja, ich habe auch nur noch eins. Ach, das geht um Leben. Ja, du hast drei Leben. Oh, ich habe nur noch eins. Ja, ich bin hier direkt wieder weg gewesen, wegen euch Lederlappen. Ja, so ging es mir gerade auch. Oh, 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 ich habe Schritte. Ah, genau hinter mir. Ich habe Schritte. Oh. Ich gucke dir zu, Philipp. Schlecht. Oh. Jetzt noch irgendwo einer. Oh, da hast du es sehr schwer gehabt, Philipp. Oh, Moe, der Zerstörer. Ey, seid nur noch ihr... Ne, doch. Ihr, ein anderer und ein Afkala. Ihr, ein anderer und noch ein anderer. Oh, oh, Moe. Oh, oh, Moe. 360. Los, ey, Moe, was machst du? Bist du doof? Hä, sag mal. Hä, wo seid ihr alle? So. Ey, nur noch erinnest er. Ja, wieder ihr beiden hier. Ihr Bosse. Oh, er hat geschrieben, fuck you. Hä, wie viele Schüsse hast du da? Oh mein Gott, nein! Du Lapper! Ich habe so drei Schüsse verballert. Es ist echt so so drei Schüsse. Du hast sieben Stiche, du Lappen. Du hast sieben Stiche von sieben Abschüssen. Was bist du für ein Low. Weil am Anfang, ich habe ihn so direkt so gekillt, dass er nur noch so... That aim, that aim. Lol, oh mein Gott, das zählt nicht. So lappig wie die Runde von ihr war. Sieben Stiche, Alter. Ja, komm, dann flame ihn doch zu. Mach ich doch gerade. That aim, Alter. That aim. Scheiße, Alter. Ohne Witz einfach mal sieben Stiche. Mag ich deine Mutter also doch nicht. B.O.B. B.O.B. Bist du dumm? Das heißt Bob, du Idiot. Echt? Okay, sorry, wusste ich nicht. B.O.B. B.O.B., Alter. Low, Bob. Es ist einfach mal echt Plaza geworden. Willst du mich throwern? Troll, 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 troll. Ich neif dich gleich. Aber ein Real. Neif dich gleich. Komm gleich vorbei. Ähm, ah. Ja, und ich kann besser mit einem Messer umgehen, als jeder, den du kennst. Und zwar nicht vom Kochen her. Du bist hart. Danke. Muss man dir echt lassen. Ja. Oh, du. Kleines Scheißkind, Alter. Lol. Der hackt eh. Ja, normal. Nein! Don't kill me. Warum rennen die mir immer hinterher, Alter? Old school. Hab alles an. Ey, ich renne weg und der neift mich. Das war ich. Ich bin die ganze Zeit hinterhergerannt. Scheiß, jetzt müssen wir auch fast machen. Ey, sind irgendwie keine Gegner unterwegs. Ja! Mein Gott, der David Ghetto oder so, das ist auch ein Bobber. David Ghetto. Das ist auch zwei Stiche. Ich hab auch einen Stich. Ey! Im Ernst! Im Ernst! Ich hab schon wieder drei Schuss. Ja, weil du noch... Ja! Nein, du Mist gefasst! Scheiße! Nein, von hinten! Ey, du bist ein kleines Stück Scheiße! Ich hab keinen Kugel mehr und dann hab ich ihn. Nein! Warum bin ich immer direkt draußen, ey? Ja! 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 David Ghetto. David Ghetto. Kennt ihr das Bild da? Ey, ihr seid schon wieder die beiden Letzten. Oh! Frosch! Oh, oh. Haha. 2-0 für Moor. Was? Wieso bist du ein Hipster? Philipp ist kein Hipster. Das ist schon peinlich so, oder? Nein! Ich glaub, der war auf K! Ja! Haha! LOL! Dat Mongo! Dat Mongo! Woher kam es der I am irgendwas, der Trick? Nein! Das ist geflogen! Fuh! Hä? Ahaha! Ist die Fuh! So wird man schnell Double Kill gerissen. Ja! LOL! Im Fallen! Im Fallen, Kinder! Willst du mich verarschen? Bin ich tot? Bin ich jetzt echt ganz tot? Oh mein Gott, ich bin ganz tot! Philipp, häng dich auf! LOL! Ich bin... Das ist noch Zweiter. Oh mein Gott, und der Kleine... Super. Wenn du jetzt den... Oh, geht doch, Alter! Hättest du den jetzt nicht gefügt, ich hätte so ausgelacht. Ich hol dir gerade zu, Sören. Echt? Welt... Uh! Was? Haha! Du, ich hatte drei Schuss! Ja, du kannst gar nichts. Ja, du bist tot! Herzlichen Glückwunsch! Ich hab zweimal gewonnen. Aber du bist verkackt, der hat. Natürlich verkack ich. Ey, nein, der hat einen Schuss gehabt, David Ghetto! Ey, geht nicht auf den... Ich Junge, ich chill jetzt hier, ich chill jetzt hier einfach erlebt, der... Oh, der King lebt noch, ey, noch frei, ey. Philipp, am anderen, ich. King kann echt nur neifen. Na, okay, da einmal geschossen. Aber da war wohl schlecht. Ey, ey, hä? Hä? Ist jetzt keiner mehr da? Philipp und ich, das Finale. Das ist echt so, wenn Sören dich killt, sagen wir mit er, wenn du ihn killst, dann du. So hardcore. Sören gewinnt, ey. No. Doch. Doch, Eike, ich finde einfach recht, weil du es nicht kannst. Weil du nur neifen kannst und Sören fünf Kugeln hat. Fünf Kugeln? Hätte, er hat nicht mal eine. Nein! Hat sie eine Kugel, ich würde. Dein Frei im... Oh! Ey, hast du noch Schiss? Hast du noch... Nein, Alter, nicht. No! Ja! Scheiße! Der rennt so hektisch weg. Ja, das hast du aber auch gemacht, deswegen hab ich dich so leicht killen können vorhin. Kann man sein. Das war jetzt ja mal saudumm. Anstatt irgendwas zu machen, Hauptsache wegrennen. Ja, okay, also 3... äh, 2-1-1. Ach, bist du froh. Weiter geht's. Ah, meine Augen drehen, scheiße. Fängst du an zu heulen vor, Matt. Es geht los. Ja. Ja, Junge, meine Augen. Genau, gar nicht los, oder? Doch. Ja. Oh mein Gott, und ich bin schon einmal gestorben, weil ich nicht drin war. Die Runde kann man nicht zählen. Aha. Was? Die Runde kann man echt nicht zählen. Aua. Ein Auge. Das wär sauer sozial. Ein Alpha, glaubst du's? Nein. Ja, toll. Oh mein Gott, die Runde kann man echt... Quass. Weiß... Ich war halt anfangs noch nicht mal drin. Ey, es interessiert keinen, wie du spielst, ja. Ist mir egal, weißt, ich bin nicht drin und dann sterbe ich. Warum schieße ich aus der Hüfte? Warum schieße ich aus der Hüfte? Ich hab mein letztes Leben jetzt. Toll. Ey, das war ja eine fette Runde hier. Was? Ich chillte alle. Nein! What the fuck? Zobby-Killer, Mann. Ey, es sind ja nur noch die Palappen da. Oh, toll. Ich bin tot. Moment, ich bin jetzt auch tot. Heißt, ich hab gewonnen. Wo man die Runde nicht zählen kann. Ist echt so. Was hast du gewonnen? Ich bin... Niemand die Runden zusammen, außer du. Ja, entweder zählen wir jetzt die Runde halt doch für mich. Oder wir zählen sie gar nicht. Was ich eigentlich am besten... Ja, was laberst du? Wir zählen gar nichts zusammen. Doch, es steht bis jetzt 2-1-1. Hä, ich zock jetzt einfach da die sechs Runden. Ja, aber bis jetzt... Ja, ja. Ja, wir kleinen Lappen bis jetzt fähig. Aber mit kleinen hast du nicht Unrecht, weil du ja so ein Riese bist. Ja, 1,91 geht noch. Geht noch. Das ist echt so. So groß ist jeder mit 15, ja. Ja. Bei mir in der Umgebung schon, außer so ein paar kleine Leute. Habt ihr irgendwie ein Atomkraftwerk in der Nähe oder so? Ja, aber das ist abgeschalten. Glaub ich kaum. Ey, ich schwöre, ich komme aus Deutschland. Ja, ja. Oh, schon wieder so eine Runde, wo ich reinsteu und irgendein Pop... Was, du joinst rein? Was? Nicht dein Ernst. Oh, Digga, ich bin nie von Anfang an drin. Bei mir ist nie der Lauf. Ey, warum denn, Mannis? Habe ich nur noch ein Leben. Lol. Ich habe auch nur noch ein Leben, aber der Knight mehackt, glaube ich, oder was? Ey, Mann. Ey, Mann. Im Ernst? Ich verpiss mich jetzt. Lol, ich bin tot. Ich bin tot. Oh mein Gott, die Runde kannst du nicht reinbringen. Das geht nicht. Doch, natürlich. Gerade deswegen, weil du ja schon weg bist. Hallo, die Runde ist so. Ich komme rein. Ich bin zweimal tot und ich werde noch einmal gekillt. Fertig. Super. Warte mal, wenn ich zuerst gekillt habe. Ja, du. Oh mein Gott, bist du ein Lappen, Alter. Und dann mach das noch, obwohl er weiß, dass ich AFK bin. Okay, ich reporte dich. Ich habe nicht gesehen, dass du... Er reportet dich. Ja, ich reporte ihn gleich tausendmal, dann wird er nach dreitausendmal gebannt. Ohohoho. Man wird nie gebannt, wenn man reportet wird. Doch, wird man. Nach fünftausend. Ne, oder dreitausend. Doch. Nein. Nein. Komm, lass weiter. Nein. Ey, im Ernst, Alter. Oh, ey, nur noch ich und der andere, gell? Ja. Ne, noch zwei. Ey, der... Lol, diesen Fall am Arsch der Welt. Nein. Ja, da, Achtung. Be naked. Ne, nein. Be naked. Sei nackt. Ja, toll, jetzt. Lass die anderen sich als kill, dann kriegst du die Punkte und überholst, glaube ich, King. Ja, dann hast du schon mal Gleichstand mit ihm. Ja, jetzt hast du schon mal Gleichstand mit King. Aber wirst du über ihm, heißt das, würdest du schon mal zwei haben? Warte mal, warte mal, er und ich sind die Letzten, gell? Ja, wieso hast du keine Kugel mehr? Du bist die ganze Zeit nur unten rumgerannt. Mhm. Wieso hast du... Vor allem, der hat null Abschüsse und ist über mir. Ja. Weil er saulang überlebt hat, ist doch logisch. Huh. Er hat keine Kugel mehr. Huh. Du kannst aber nicht mehr ganz gewinnen. Nein, fällt wenigstens schon auf ihn. Er hat keine Kugel. Guck mal, wo Messer da drin ist. Was war denn das? Ein Messer. Ein Messer. Das ist so, ein Messer. Oh. Nein. Alter, dieses Neifen hier, im Ernst. Im Ernst. Nein. Was ist das denn der andere? Oh, ich hab euch beide geneifet. Ja, der eine ist auf einmal umgefallen. Oh, wer ist der King? Du nicht. Oh, doch. Ja, ist der Kuster hier? Du nicht. Was? Ja, genau. Überhaupt kein Problem. Komm, wieder von 20 Seiten irgendwelche Leute? Der Be Naked, der hackt doch. Das gibt es nicht. Und der Alpha-Kotter sowieso. Ja. Der hat bestimmt einen Knife-Aim. Lol. Alter, und was geht jetzt? Ich bin schon wieder vor. Junge, ich hab 6-0. Ich hab 6-0. Was geht? Der hat 3 Stiche. Wie viele Kugeln hast du? Ich hab 10 zu 0. 2. Lol. Alter, was ist das für ein asozialer Scheiß gerade? Es leckt. Es leckt. Ich weiß es nicht, aber ich hab 7-0. Und das ist extrem geil. Ich weiß es nicht, aber ich wurde gerade nur geneift die Runde. Und... Alter. 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 Und zwar jedes... Es leckt! Warum leckt's? Es leckt keinen Scheiß. Klar leckt es. Ich hab einen 33-Stiger-Ping. Alter. 33 ist flüssig. Fast flüssig. Nein, es ist flüssig. Ja. Und dann rennt da hin und knifft der Aft, Carla. King. King. Also es sind noch 3 mit mir. Wer lebt denn noch alles? Ja, er. Und du hast alle Leben. Heißt, wenn du nicht gewinnst, sag ich... Du kannst nur noch gewinnen. Wie viele haben denn die anderen? Guck mal gerade, bitte. 2. Also jemals nur noch 1. Oh yeah. Hä? Wo seid ihr denn? Ihr seid alle? Du brauchst gerade da. Alter, du kannst doch echt auch nichts, oder? Du hast 4 Stiche von 8 Kills. Ich hab 8-0. Und Philipp ist jetzt der Letzte. Also Philipp, ja, ich hab 8-0. Ja, er hat 4 Kugeln. Ja, ja, der Philipp. Nein, du hast 4 Kugeln. Ich hab 2. Philipp hat 2, aber du hast 4. Ich hab 2 Kugeln. Kannst du nicht lesen, du hast 4. Nein, 2 Kugeln. Kannst du nicht lesen. Alter, du bist so dumm. Ich möchte den verarschen, den nervös machen. Und du Idiot, rennst rum und verballerst deine Kugeln. Weil du mich... Ich hab jetzt nachgedacht, weil du spaßt mich da mit dieser Scheiße zu lassen. Hättest du einfach deine beiden Kugeln draufgesprayt, hättest du gewonnen. Er hat doch nur ein Leben und du hattest in dem Moment doch noch alle. Ja, fuck off jetzt. Er ist unten. Ja, ich bin nicht doof. Standard, Alter. Hacker 1. Naja, auf jeden Fall ein geiler Abschluss. So ein 9 zu 1, ja. Der eine... Der hätte jetzt nicht sein müssen, naja. Er hat mir vorher geschrieben, er hat ihn gerade angemacht, sein Hacks sieht man doch. Ja, genau. So sieht es aus. Silent Aim. So, das war's zum... Silent Aim. Silent, nee, was war's? Ein im Lauf, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Echt.